Hey, Sir, das hatten wir doch alles bestimmt schon 50 Mal. Was zum Teufel? Das stimmt was nicht. Kommen diese Scheuer hier! Loll, ey, Leute, guck mal, guck mal auf, hier, hallo, ich bin auf der anderen Seite. Mach auf. Ich komm nicht rein, ah doch, jetzt. Loll. Loll. Junge! Der nimmt, ne, Junge, das kann nicht sein. Ich hab Ätze gesprüht. Junge, ich wollte die Tür aufmachen. Die soll weggehen. Junge, wir tun die Tür zu Jugger, ja, alles klar. Sorry, Leute, das wollte ich nicht, ich kann ich, ich belebe euch wieder. Ich muss Ätze gesprühen, Alter. Ja, ich dachte, da stand irgendwie, ja, Tür aufmachen oder so. Ja, genau. Ja, natürlich, doch, doch, doch. Nein, ohne Spaß. Ja, Junge, das war ne Kurzschlussreaktion. Ja, da steht Tür aufmachen, wenn man Gift haben will, ne? Oi, Junge, Mann. Soll ich Säure machen? Soll ich Säure machen? Nein, 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 nein. Ey, weißt du, was da steht? Zum Aktivieren der Säure, fast. Du hast das selbe, wie bitte Tür aufmachen. Ups. Du öffnet der Tür fast gleich. Ja, Junge, ey. Mann, jetzt mobbt mich doch nicht. Tomahawk. Ja, Tomahawk. Was, Tomahawk? Tomahawk, das gehauen. Wo? Alter, wie geil der Tomahawk ist. Hä, kann man das denn benutzen? Gut. Ne, ich nicht. Alter, wie cool. Ich bin auch beim Tomahawk. Oh, scheiße. Ja. Alter, ist das geil. Junge, das ist so geil, ne? Der kann aber glaub ich nur einkillen. Ah, hinter mir. Lass uns mal eine Facemontage machen, Alter. Ja, okay. Mit dem Tomahawk. Okay, aber die Kiste ist hier nicht. Wenn die hier nicht ist. Und da auch nicht ist. Wo ist sie dann? Die kann oben am Dach sein. Leute, lass mal oben aufs Dach, oder? Äh, ja. Lass mal mit dem Fahrstuhl fahren, Carlo. Scheiße, Carlo. Nein. Ich hör mal. Ey, ich hab mein Schild. Ich bin durch. Dennis, Dennis, komm schnell zu. Ja, wir warten auf Dennis. Dennis, komm zum Fahrstuhl. Der ist hier vorne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der stirbt nicht. Die stirbt nicht. Oh scheiße. Dennis, komm jetzt schnell zum Fahrstuhl. Wir können ja nicht mal lange aushalten. Nein, ich muss Jugger kaufen. Der ist hier drin. LOL. LOL. Was? Der stirbt nicht. Digga, komm mal hier zurück. Ich hol jetzt meine Hilfe. Dennis, komm, mach den fertig. Hab ich keinen Jugger mehr. Hahaha. 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 Nice, heller. Oh mein Gott, der ist aggressiv. Der rastelt. Der rastelt. Ich komm nicht weg. Mach den fertig. Hilfe, der geht auf mich. Dennis, mach den fertig. Nachlaut. Ja, der ist hoch. Du willst denn auch? Yes, ich hab die Barrett. Ich hab die Barrett. Barrett, Barrett. So Leute. Oh scheiße, ey Leute. Mach den Weg frei. So. Jetzt guck ich mal. Wo war das nochmal da diesmal? Ja, hier war das glaube ich. Du musst in jedes Feuer weg gucken. Ja, okay, stimmt. Oh ne, Alter. Auf den Mond. Scheiße, Alter, ich will nicht. Hier, wo war das nochmal? Auf den Mond eben. Nein, ins Leuchtturm. Da, Leuchtturm. Leuchtturm? Ja, irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Du musst in bestimmte Stelle. Leute, hier kommen so viele. Bring die mal eben weg. Ich glaub das die hier. Guck mal, guck mal. Wo bist du? Hinter dir. Entweder hier. Andere Seite, okay. Stimmt, der könnte hier gewesen sein. So, hier, hallo. Hier, guck mal. Zeig mal. Wo ist das? Hier das sehen. Ich find das nicht. Ja, und jetzt? Warten. Ich seh das nicht. Ja, da ins Leuchtturm. Ja, ich, ich guck da direkt rein. Ich seh da nix. Ich muss warten, ey. Ich guck mal hier rum. Ich seh das hier. Oh, Alter. Wow, fuck, Alter. Okay. Nein, war das doch? War das doch? Ja. Digga, das ist hier. Hier, wenn du da ins Feuerwerk reinguckst. Hä, wo? Oh mein Gott. Von wo? Von wo? Von hier. Du bist dich erschrocken. Digga. Ich hatte so übelst Herzklopfen, ne? Als ich da gesucht hab. Ich hatte die ganze Zeit Panik, länger im Scope zu bleiben, Alter. Junge. Ey, ich will das auch machen. Ich glaub da kommt random. Kann das sein, Alter? Keine Ahnung. Hilfe. Alter. Hilfe. Wir schaffen das. Hier ist der Wächter. Oh mein Gott. Leute. Leute. Hier ist der Wächter. Kauf die Scheiße. Schnell, wir müssen abhauen. Das kann man nicht sein. Hier unten. Hier unten. Nach unten. Nach unten, Leute. Alter. Junge. Oh, der Wächter kommt. Der verfolgt uns immer noch. Okay, gut. Jetzt sind wir hier. Scheiße, hier kommen wir nicht weiter. Fuck, wir sind in der Sackgasse. Draufschießen, draufschießen. Oh, der rastet, der rastet. Oh, der rastet, der rastet. Oh. Ahahahahaha. Ey, pass auf nicht mal. Leute. Nochmal rein. Herr Zubis. Ich kann nicht schießen. Ihr müsst auch auf die Zombies aufpassen. Shotgun. Oh, 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 oh. Ah, 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 oh, oh. Leute, jetzt killt den noch mal endlich. Ja. Yes. Alter. Alter wie scheiße der ist ne? Junge, der ist so overpowered ne? Es lag, ey es hat so gelaggt, dass die... Oh, mein Gott! Hier sind so viele Zombies! Ich bin tot. Ich komme jetzt, ey! Ich komme, Leute! Versuche, ich zu retten! Du wirst sowas sagen. Hier sind so viele Zombies, Please! Ich bin rot! Ich bin rot! Oh, Shit. OOOOOOOOsi! Wo bin ich? Hier bin ich! Ich töte euch alle! Wo bin ich? Hier! Beliebt mich! Hi! Leute, wo seid ihr? Hey, wir sind beide tot. Du bist auf dich allein gestellt... Ich mach jetzt kein Scheiß. Junge, ich bin hier ohne Jugga. Junge, ich hab meine Mini-Gun verloren. Ohne GAR NICHT!